Quirinus war ein Gott der altrömischen Religion. Ursprung und Kult Vermutlich war Quirinus ursprünglich eine Gottheit der Sabina. Denn sein Kult in Rom ist mit den Bewohnern des nach ihm benannten Hügels Quirinal verbunden, die sabinische Siedler gewesen sein sollen. Er war ein Kriegsgott ähnlich dem Mars, der ihn in dieser Eigenschaft später fast vollständig ablöste. Man identifizierte Quirinus dann mit Romulus, dem unter die Götter erhobenen ersten König Roms. Quirinus gehörte zusammen mit Jupiter und Mars zu den wichtigsten Göttern der römischen Frühzeit, die auch später noch je einen eigenen Priester hatten. Neben dem Flamen Quirinalis führten auch die Seili-Kolini-Kulthandlungen für Quirinus durch. Das Kultfest, die Quirinalia, fand am 17. Februar statt. Die Bezeichnung Quiritz für die Bürger Roms leitet sich vom Namen des Quirinus ab. Quirinus-Tempel Für die römische Frühzeit ist ein Satzschellung Quirini bezeugt, doch ist nicht bekannt, wo sich dieses Heiligtum befand. Der Quirinus-Tempel auf dem Quirinal wurde 293 v. C.H.R. Vom Konsul Lucius Papirius Cursa nach einem Gelübde seines gleichnamigen Vaters geweiht und mit Kriegsbeute aus den sammneten Kriegen ausgestattet. Er lag in der Nähe der Porta Quirinalis der servianischen Mauer. Nachdem der Tempel bereits 206 v. C.H.R. vom Blitz getroffen worden war, brannte er 49 v. C.H.R. teilweise nieder. 45 v. C.H.R. ließ der Senat im Tempel eine Statue des Diktators Gaius Julius Caesar aufstellen. Augustus ließ den Tempel restaurieren und weihte ihn am 29. Juni 16 v. C.H.R. Der Tempelneubau war in die pteristorische Ordnung mit einer achtsäuligen Front.